Du weißt schon, dass ich den Kaffee gebraucht habe, du musst nett sein. Ach so, ja. Was, was, was? Ich gebe dir noch für fünf Minuten was auf, bis es was reißig hinhaut. Wenn es nur nix im Kreis ist, einmal hier durchzuschicken. Ja, müssen wir gucken. Wie spät haben wir es jetzt, Mama? Kurze Halb haben wir. Ja. Ah, wird eng. Scheiße. Na ja, gleich den Anrufen. Okay. Danke. So. Hoffen wir mal, dass Reifen hält. Nee. Der hält schon. Notwasser in der Tonau, das geht schon. Nee, trotzdem lang. Kannst du mit einem Reifen gehen? Ja, wird schwer sein. Spätestens, wenn sie dann wirklich langsam wird, dann drehen. Dann kannst du nämlich den anderen Reifen nicht durchstrampfen, damit du nämlich die Richtung hältst. Okay. Einmal dauern, einmal dauern. Warte. Gut. 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 Es ist spät raus. Geh zu spät. pier. Pff. vitr. eleven Yao Lö new Euro Ja, jetzt schmeißen wir uns auf die Hand zurück. Ja, jetzt schmeißen wir uns auf die Hand zurück. Ja, jetzt schmeißen wir uns auf die Hand zurück. Kannst du jetzt mal in die Hand nehmen? Okay. 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 Wir haben auch nicht so viel Angst wie ich. Was? Wir haben auch nicht so viel Angst wie ich. Ja. Und danke. Danke. Ein was? Ja. Ja. So kleine Knochen. Genau. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020